Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute im Oberallgäu unterwegs und wir gehen eine Panoramatour durch Bad Hindelang. Die Strecke ist ungefähr elf Kilometer lang und es geht 300 Höhenmeter hoch und auch wieder runter. Und heute haben wir einen Wanderführer dabei und zwar den Robby von Tech Classy und die Gina ist natürlich auch mit bei uns dabei. Und genau, die beiden zeigen uns jetzt auf jeden Fall mal die Strecke. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung ist, dann bleibt ihr bis zum Ende dran. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020